Du möchtest deiner Katze sicherlich nichts Böses, doch vielleicht verletzt du sie unwissentlich, indem du eine ganz bestimmte Sache tust. Du packst sie auf eine Art an, die gefährlich werden kann und das Vertrauen zu dir im Nu zerstört. In diesem Video verraten wir dir, warum dieser Griff absolut tabu sein sollte. Vielleicht hast du schon einmal gesehen, wie Katzenmütter ihre Jungtiere von einem Ort zum anderen befördern. Sie beißen beherzt in den Nacken der Kätzchen und tragen sie so umher. Daher gehen viele Menschen davon aus, dass dies den Katzen nicht wehtut und wenden es bei ihren ausgewachsenen Katzen selbst an. Doch die Katzenmutter weiß ganz genau, wie fest und an welcher Stelle sie zupacken muss. Doch wenn wir Menschen den sogenannten Nackengriff bei unseren Katzen anwenden, um sie wegzutragen oder gar zu bestrafen, ist das gefährlich für den Vierbeiner. Der Nacken ist eine zentrale Region für die Wirbelsäule und das Nervensystem. Ein unsachgemäßer Griff kann zu Verletzungen führen, die von starken Schmerzen bis zu ernsthaften neurologischen Problemen reichen können. Des Weiteren kann das Packen am Nacken als bedrohliche Geste wahrgenommen werden. Katzen sind Tiere, die Unabhängigkeit und Kontrolle schätzen. Ein plötzlicher Griff in den Nacken kann bei deiner Katze Stress, Angst und sogar Aggression auslösen. Dies kann zu Verhaltensänderungen führen, die das Wohlbefinden deiner Katze beeinträchtigen und die Bindung zwischen dir und deinem Haustier schwächen können. Mit dem richtigen Griff können diese Probleme vermieden werden. Greife mit einer Hand unter die Brust der Katze und mit der anderen stützt du ihr Hinterteil. Das Gewicht wird gleichmäßig verteilt und für deine Katze ist dies deutlich angenehmer. Möchtest du jetzt noch wissen, woran du erkennst, dass deine Katze dir etwas sagen möchte? Dann schaue dir unbedingt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Vergiss auch nicht den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst.